Und den Anhänger abladen, das ging eben auch recht zügig. Seit 10 seid ihr da, ne? Seit 9 Uhr. 8 Leute hier schon. Also wir sind relativ mit Spaß dabei und dann Scheiße gebaut haben. Und dann wieder die Werbe, wo wir fahren. Ja genau, und er ist gut. Wie alt? Der Boss. Der Boss. Der Boss. . 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 Let me dream of my life Arschlo! Fakt wird noch Kommen wir jetzt hoch! Was ist für dich? Glaubst du lange noch die Paxen dick? Ich bin noch nicht da, Leute! Die anderen zwei Maler! Oh Gott, ihr kriegt sie denn! Die anderen zwei Maler! Also... Geht da raus! Du hast überhaupt keine Rechte, jetzt kannst du sitzen! Geht weg! Jawohl! Geht weg! 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 Das geht auch noch so nicht früher, oder? Ja, ja. Ich bin mit Spaß dabei. Wenn wir natürlich gestern unterwegs gewesen wären, dann wäre es schon... Es soll heute auch wieder Regen geben, dann wäre es doch bitter. Ich bin mit deinem Gang. Sie auch. Robin! Robin hier ist ja... Und stopp, alles geplant, alles... Hey, mach was doch auf, wir kommen da jetzt noch zwischen Peter und Rienicke und so. Ich geh mal hinterher auf. Meinst du, mach ich zu dir? ... Die Hände und die Hände, an den Schildern, an den Schildern, an den Schildern! Und jetzt bin ich der hier der. Komm, komm! Komm! Komm, komm, und jetzt ist er! Komm! Los geht's! Los geht's! Hier, ihr Mädchen, der Auftrag besteht immer noch! Ihr müsst von der Seite reingehen! Bye bye y'all!